Was heißt eigentlich Business Partnering? Beim Business Partnering steht im Fokus, hier einen greifbaren Mehrwert zu liefern, durch eben den Einsatz von Business Partnern, die zusammen mit der Operations-Seite zusammenarbeiten, um die vollständigen Risiken und Chancen von Entscheidungen abzubilden, um auch ein Alignment mit der Unternehmensstrategie sicherzustellen. Also hier geht es wirklich darum, den gesamten Bereich einer Entscheidung auszuleuchten und eine transparente und gut informierte Entscheidung treffen zu können.